hallo sehr herzlich willkommen zum neuesten video hier auf dem kanal und ich möchte mit euch war eine neuheit des herbstes sprechen 2023 nämlich dem spiel wave von cosmos also ein kleines kartenspiel ich hatte die möglichkeit das jetzt vorab schon zu testen ich denke mal wenn das video online geht ist das wahrscheinlich auch im normalen handel verfügbar soll um die 19 euro kosten also wirklich ein kleines kartenspiel in dem es darum geht ja die perfekte welle zu reiten das natürlich kooperativ sonst wäre es hier nicht auf dem kanal in diesem video zeige ich euch die ganzen regeln so dass ihr euch ein bild machen könnt was ist das für ein spiel lohnt es sich für mich und in einem anderen video werde ich dann noch mal genauer auf die rezension eingehen und sagen was ich an stärken und schwächen hier in dem spiel sie im sinne der transparenz noch kurz der hinweis an dieser stelle mir wurde dieses spiel von cosmos als rezensionsexemplar zur verfügung gestellt das hat aber keinen einfluss auf meine meinung war noch keine bedingungen dran geknüpft außer dass ich gesagt habe ich mache ein regel video dazu und das seht ihr hier ganz ohne meinung eingefärbt ganz neutral vorgetragen die rezension wie gesagt gibt es dann in einem anderen video ich wünsche euch viel spaß beim video legen wir los ihr wollt also gemeinsam auf der perfekten welle reiten und wie das funktioniert zeige ich euch ganz schnell hier zuallererst nehmt ihr diese beiden karten nämlich den farbtausch beziehungsweise die zahlenwert änderungskarten nehmt ihr raus die braucht ihr nur in einer der varianten könnt ihr also in die box packen dann legt ihr die übersichtskarte der spielrichtung so richtig rum nämlich im uhrzeigersinn so rum gedreht dann nehmt ihr die farbkarte von weiß richtung blau zeigen die zeigt uns nämlich die wertigkeit die restlichen karten hier die wir haben die könnt ihr mischen und macht sie dann bereit legt sie hier als nachziehstapel bereit und die oberste karte wird umgedreht das ist eure startkarte jetzt erhält jeder spieler fünf karten aber hier achtung das ist nicht wie in anderen spielen dass man sagt hier jeder kriegt fünf karten sondern jeder spieler hält zunächst erst mal drei karten die er oder sie sich angucken darf ja dann nehmen wir die mal so rum also die seht ihr sind aber geheim vor dem mitspieler und dann erhält jeder spieler noch mal zwei karten die allerdings er selber nicht sieht sondern nur die mitspieler wenn ihr hanabi kennt also zwei karten die wie bei hanabi funktionieren die sehen also nur eure mitspieler ja was haben wir denn insgesamt für karten wir haben hier von diesen farbkarten insgesamt 34 stück dabei sechs farben weiß gelb orange rosa oder rot hellblau und dunkelblau und jede farben karte gibt sozusagen sechs mal von 0 bis 5 aber deshalb 34 es gibt keine weiße 0 und keine dunkelblaue 5 gut worum geht es denn eigentlich in dem spiel wenn man dran ist muss man eine karte spielen und auf den ablage stapel legen das kennen wir aus anderen spielen auch dabei ist die regel meine karte die ich spiele muss entweder eine höhere zahl haben oder eine höherwertige farbe wir haben aktuell hier eine 1 liegen in weiß das ist die niedrigste karte die wir haben können wirklich nicht beabsichtig gewesen denn wir haben ja keine weiße 0 im spiel das heißt jede andere karte die wir spielen ist auf jeden fall höher wenn wir dann unsere karte gespielt haben dann ziehen wir eine karte nach beim nachziehen gleich was ganz wichtiges mit beachten nämlich wir ziehen immer gegenteilig nach heißt haben wir eine karte gespielt die wir selber kennen dann ziehen wir eine karte nehmen wir mal als beispiel wir würden hier eine gelbe 0 spielen die farbe die zahl ist sehr niedriger aber die farbe ist höherwertig deshalb geht das können wir die drauflegen dann würden wir verdeckt eine karte nachziehen also abgewandt von uns so dass nur unsere mitspieler diese karte sehen werden ich denke das ist recht logisch und dann ist der nächste spieler dran in der aktuellen zugreihen folge am anfang des spiels wäre das im uhrzeigersinn jetzt habe ich aber die null gespielt und ihr seht hier bei allen nullen ist das abgebildet und allen weißen karten müssen wir die richtung ändern und dann wäre der nächste spieler dran ich zeige euch übrigens die spielregeln auch wenn ich nur zwei spieler ausdenken habe für drei spieler für zwei spieler zeige ich am ende des videos noch mal eine gesonderte übersicht welche sonderregel dort habt damit das gut zu zweit spielen könnt ja jetzt haben wir ja karten die wir nicht sehen was hat es damit auf sich natürlich haben wir hier eine eingeschränkte kommunikation wir dürfen jederzeit im spiel unseren mitspielern tipps geben allerdings dürfen wir niemals direkt zahlen nennen oder farben nennen und auch aussagen wie die farbe dieser karte ist höherwertig oder die zahl ist höher das dürfte nicht was sie aber machen dürfte es spielempfehlungen geben also wie zu sagen die karte hier die kannst du beruhig beruhigt spielen so das heißt dort kommen sehr viele diskussionen am tisch desto mehr spieler ihr seid desto mehr meinung desto mehr empfehlung kommt dabei natürlich zu tage wichtig ist dass ihr halt immer wieder die regeln beachtet dass die gespielte karte entweder eine höherwertige farbe hat oder eine höhere zahl wenn ein spieler irgendwann im spiel falls danach sie stape leer ist und man keine karten auf der hand hat dann wird dieser spieler einfach übersprungen das spielende ist idealerweise dass ihr eure letzte karte abgelegt haben und kein spieler mehr karten auf der hand hat das passiert aber in der regel recht selten häufiger passiert es dahingegen schon dass ihr karten übrig habt und dann guckt ihr in eine übersicht die am ende der spielregeln abgedruckt ist wurde dann halt sehen wie gut ihr wart je nachdem wie viel karten noch übrig sind so jetzt habe ich euch ja gesagt ich will euch noch ganz kurz erklären was macht ihr wenn ihr das spiel zu zweit spielt dann habt ihr einen dritten automat euren surfer buddy silver und der spielt als dritte person und ändert nicht so viel an den regeln legen wir die mal hier rüber dass das unsere spieler karten sind und zu spielbeginn erhält buddy auch fünf karten zwei verdeckt und drei karten offen buddy ist dann ganz normal in der zugreihen folge dran im uhrzeigersinn oder gegen den uhrzeigersinn und wenn er dran ist müsst ihr gemeinsam euch besprechen welche seiner karten er spielt er kann dabei nur die offenen karten spielen spielt er eine karte sagt wird eine karte nachgezogen diese offen hingelegt die beiden verdeckten karten kommen erst dann ins spiel wenn der nachziehstabe leer ist und in der ersten runde wenn es selber dran wird eine karte davon aufgedeckt und in der nächsten runde dann die nächste sind alle karten alle dann gilt für silver genau das gleiche wie für andere spieler sein spiel zu wird einfach über sprung so das ist erstmal grundsätzlich das regelwerk also eigentlich total simpel allerdings gar nicht so einfach zu schaffen und viel gespräch am tisch aber ich greife schon der rezension vor nur kurz als übersicht es gibt noch die möglichkeit bestimmte varianten mit reinzubringen das war so ein bisschen als missionen betitel zumindest habe ich das in dem pressetext so gelesen als mission würde ich es nicht verstehen ich lege euch mal hier den zettel hin und erkläre kurz was es dort noch gibt es gibt eine leichte variante dort habt ihr einen weiteren stapel nämlich hier legt ihr den hin eine tauschkarte da kann man eine karte ablegen und halt tauschen also so kann man ein bisschen auch karten zirkulieren lassen das macht es deutlich einfacher wir haben damit einmal gespielt und ist für den zugang gerade wenn man kinder spielen eine ganz praktische sache aber ich denke eigentlich kann man die normal version spielen ihr könnt aber euch auch schwerer machen dabei nehmt ihr diese karten hier mit ins spiel die ja auch die gleiche rückseite haben wie die anderen und wenn die gezogen werden ändert sich die farbwertigkeit also hier oben oder es ändert sich sogar auch die zahlen reihenfolge das heißt eine 5 wäre dann niedriger als eine 3 je nachdem welche karten ihr von dieser art hier gezogen habt ja also eigentlich auch eine schöne idee aber was ich eigentlich am spannendsten finde und was ich auch demnächst mal unbedingt angehen möchte ist hier diese form nämlich die ganz große welle wo man auch deutlich mehr platz auf dem spielfeld für benötigt also ihr kriegt auch ein bisschen varianten mit da rein aber missionen würde ich es nicht direkt nennen das ist nicht irgendwie bei der wie bei der crew wo ja nach und nach verschiedene missionen kommen und komplexität mit rein also ihr habt ja eher varianten die ihr noch spielen könnt gut das waren alle regeln die ihr benötigt um the wave spielen zu können in einem anderen video welche schon angekündigt dann noch mal eine rezension zu machen aber ich möchte es einfach noch ein bisschen länger spielen hier habt ihr aber schon mal eine übersicht wie die ganzen regeln funktionieren ich hoffe euch hat das video gefallen ich wünsche euch eine schöne zeit bleibt gesund bis zum nächsten mal